Beim Bitcoin gibt es nun endlich einen neuen positiven Meilenstein. Worum es hier genau geht und welche Daten dabei eine wichtige Rolle spielen, über dieses Thema sprechen wir jetzt. Und nachdem wir wochenlang nur Bitcoin-Only-Content hier gerade produziert haben, möchte ich heute nochmal etwas über ETH sagen und über die nächsten anstehenden positiven Veränderungen. Wenn dich das also interessiert, bleib unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Und um meinem Motto natürlich treu zu bleiben, möchte ich erst einmal mit dir über die Bitcoin-Informationen sprechen. Denn wie gesagt, es gibt nun einen weiteren positiven Meilenstein, der nun erreicht worden ist. Und zwar geht es um die Bitcoin-Adressen, die mittlerweile einen Bitcoin halten. Mittlerweile haben wir hier den absoluten Höchstwert erreicht. Das bedeutet, dass also insgesamt eine Million Adressen einen Bitcoin halten. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Wert. Denn das bedeutet natürlich, dass immer mehr Investoren und Anleger dem Bitcoin vertrauen und das als die richtige Anlageklasse sehen, um zum Beispiel ihr eigenes Portfolio nochmal etwas zu erweitern. Und wir sollten, um das so ein bisschen in die richtige Spur zu bekommen, nochmal einen Vergleichswert ziehen. Und zwar kamen im Februar 2022 über 190.000 weitere Adressen hinzu, die sich dazu entschieden haben, in dieser Korrektur, wir haben also den Tiefstand seit November 2021 dort gesehen, sich also mit ordentlich Bitcoin-Beständen einzudecken. Und seitdem geht es wirklich nur noch bergauf, wie du hier gerade perfekt sehen kannst. Wir befinden uns also genau auf dem richtigen Weg. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es total sinnvoll ist, in den Bitcoin zu investieren. Und natürlich im besten Fall, falls es irgendwie geht, sich Richtung einen Bitcoin-Minimum eben hinzuarbeiten. Und ganz klar, das hat natürlich viel mit der Eigenschaft zu tun, dass es eben nur 21 Millionen gibt, dass jedes Harving auch kontinuierlich die Umlaufmenge langsamer erweitert und dadurch natürlich auch ein gewisser Engpass eben zustande kommt. Wir gucken uns hierzu natürlich gleich nochmal ein paar Daten an. Was wir aber, glaube ich, auch gut besprechen können, ist in dem Fall der gute Negan Tropic, der sich mit dem Thema auch ausgiebig immer mal wieder beschäftigt. Er ist selber tatsächlich ein Glassnode-Mitbegründer und kennt sich natürlich bestens mit allen möglichen On-Chain-Daten aus. Und er hat das perfekt beschrieben, denn er sagte, buy when there is blood on the streets. Was nichts anderes natürlich bedeutet, als dass es total viel Sinn macht, in den Bitcoin zu investieren, in dem Moment, wo wirklich gerade also richtige negative Stimmung eben da ist. Die meisten versuchen irgendwie noch schnell ihre Bitcoin-Bestände abzustoßen, weil gerade vielleicht irgendeine Korrektur oder irgendeine negative Nachricht reingeflattert ist. Und genau das ist es natürlich, worauf wir achten können. In dem Moment, wo wir eine stärkere Korrektur sehen, Geld in die Hand nehmen und Bitcoin kaufen. Und das hat in der Vergangenheit schon immer sehr, sehr gut funktioniert und hätte uns vor allem seit Anfang des Jahres schon dazu gebracht, dass wir wirklich gute Renditen hätten mitnehmen können. Klar, wir sind gerade bei 27.600 US-Dollar unterwegs. Wenn wir uns die Daten seit dem Jahresstart angucken, dann wissen wir, dass wir hier so einen Boden quasi bei 15.700 US-Dollar, Pi mal Daumen gesehen haben. Und das wären natürlich alleine schon knapp 12.000 Dollar, die wir ja innerhalb von knapp fünf Monaten hätten, eben an Rendite mitnehmen können, was natürlich eine extrem gute Leistung gewesen wäre. Weit über 60 Prozent, die also realisierbar gewesen wären. Aber gut, hätte wäre wenn. Das ist eine ganz andere Thematik. Trotzdem sehr spannend, sich diese Daten einfach immer wieder vor Augen zu führen und vor allem aus seinen in Anführungsstrichen Fehlern natürlich zu lernen. Es muss einfach so sein, dass wir immer wieder auch mal die Situation betrachten im Nachhinein, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, um zu eruieren, ob wir wirklich etwas hätten besser machen können. Nur so können wir uns natürlich kontinuierlich steigern und noch bessere Entscheidungen und noch nachhaltigere Entscheidungen treffen. Und eine Sache wird extrem sichtbar, wie wenig Bitcoins es tatsächlich gibt. Gerade wenn wir uns zum Beispiel mal die Daten von Coinbase und von Binance angucken. Die beiden Plattformen halten gerade knapp 1,89 Millionen Bitcoin, was umgerechnet knapp 50,7 Milliarden US-Dollar sind. Und damit sind natürlich relativ viele Bestände der 19 Millionen alleine schon bei diesen zwei Plattformen. Und dann haben wir natürlich auch noch sehr viele Bestände, die vor allem nie wieder zurückkommen werden. Und zwar geht Glassnode davon aus, dass knapp 3 Millionen Bitcoin, also das heißt knapp 80,4 Milliarden US-Dollar und damit fast 17 Prozent der aktuellen Umlaufmenge für immer verschwunden sind. Deswegen, weil eben zum Beispiel die Besitzer ihren Private Key verloren haben und so weiter und so fort. Also verschiedene Themen einfach, die damit reinfallen und die man eben auch betrachten muss. Und in dem Fall sprechen wir also schon mal von nur noch potenziell 19 Millionen, die es insgesamt geben kann. 19 Millionen Umlaufmenge haben wir gerade schon. Das heißt also 16, die gerade noch verfügbar sind. Dann sind auch ungefähr 2 Millionen bei zentralisierten Börsen. Ja, da sprechen wir dann also nur noch von 14 Millionen. Und so reduziert sich der Betrag kontinuierlich. Dann haben wir nochmal in dem Fall eine Million Wallets, die jeweils einen Bitcoin halten. Also nochmal eine Million, die quasi runtergerechnet werden kann. Und damit wird es dann schon immer enger. Auch meiner haben natürlich Bestände. Und ich glaube, so wird dir sehr, sehr gut klar und bewusst und sichtbar, wie rar der Bitcoin eigentlich ist und warum es so, so sinnvoll ist, sich mit diesem Thema einfach intensiv zu beschäftigen. Und genau an so einer Stelle sollte man natürlich auch sich Gedanken darüber machen, ja, wo man sich am besten eben Bitcoin-Bestände sicher und schnell besorgen kann. Und das funktioniert perfekt über den ersten Link in der Videobeschreibung. Das ist nämlich die regulierte Exchange BitWaWO, auf der du mit der Anmeldung und Verifizierung direkt erstmal einen 10 Euro Willkommensbonus bekommst. Damit kannst du also perfekt deine ersten Bitcoin-Bestände kaufen. Und du hast auf der Plattform Staking bereit. Ja, du hast Steuerreports, die du direkt bekommst. Und die ersten 1.000 Euro an Transaktionsgebühren, wenn du also handelst und so weiter, die werden dir komplett erlassen. Und unter anderem hast du die niedrigsten Gebühren. Von daher lohnt sich die Anmeldung auf jeden Fall, um Minimum eben diesen 10er direkt mitzunehmen. Und damit wünsche ich dir extrem viel Spaß. Aber das soll es natürlich noch nicht gewesen sein, denn wie angekündigt möchte ich mit dir natürlich noch über ETH sprechen. Das ist ein Thema, mit dem ich mich in den letzten Wochen eher weniger hier im News-Bereich eben beschäftigt habe. Aber es gibt natürlich relevante Informationen, die einfach auch geteilt werden müssen. Denn neben dem Bitcoin und diesem BAC20-Thema, durch diese ganzen Meme-Coins und so weiter, und die hohen Transaktionsgebühren, ist natürlich nicht Bitcoin der einzige Coin gewesen, der gerade massive Probleme in der Hinsicht hatte. Und zwar sind natürlich auch die ETH-Gas-Prices kontinuierlich angestiegen. Also die Transaktionsgebühren pro Transaktion. Und wir sprechen hier tatsächlich von Werten zwischen 10 und 15 Dollar, die wir gerade immer noch bezahlen müssen für eine Transaktion. Das ist viel zu viel Geld. Und hier soll es nun eine Verbesserung in Zukunft geben. Und die nennt sich EP4844. Und dabei geht es quasi um die Idee, sogenannte Blob-Transaktionen einzuführen. Dadurch werden die Gas-Gebühren für Layer-2-Netzwerke deutlich reduziert. Und das liegt daran, dass Layer-2-Netzwerke durch Blob-Transaktionen ihre Off-Chain-verarbeiteten Transaktionen auf der ETH-Main-Chain kostengünstiger speichern können, als es davor der Fall war. Außerdem soll es eine erhöhte Skalierbarkeit geben, dadurch, dass quasi Layer-2-Netzwerke über EP4844 mehr Transaktionen verarbeiten können. Und das soll vor allem deswegen passieren, weil mehr Transaktionskapazität freigeschaltet wird. Außerdem gibt es einen höheren Sicherheitsaspekt, also ein neues Sicherheitsmodell, was eingeführt werden soll. Und damit soll es deutlich schwieriger werden, für alle möglichen Akteure dort Schindluder zu treiben. Und natürlich stellt sich mir natürlich auch die Frage, wann soll das eigentlich kommen? Und bereits im zweiten Quartal 2023. Auch hier wird es natürlich sehr, sehr spannend sein. Und auch hier werde ich dich natürlich auf dem Laufenden halten. Denn auch damit gibt es sicherlich wieder einige sehr spannende Veränderungen, die direkt alle möglichen ETH-Besitzer eben tangieren. An der Stelle würde mich natürlich noch interessieren, ob du heute noch was dazugelernt hast. Wenn du etwas dazugelernt hast, dann schreibe es doch gerne mal unten in die Kommentare, damit wir darüber diskutieren können. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Wenn es dir gefallen haben sollte, lass noch gerne einen schnellen Daumen nach oben da. Und abonniere den Kanal, damit du auch zukünftig keine Videos mehr verpasst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und bis morgen.